So, mal sehen, ob wir jetzt gleich in Sicherheit sind. Ja, natürlich nicht. Das war irgendwie... Die erinnern mich ein bisschen an die Kommandotypen von Borderlands. Sind das die Kommandotypen? Ich glaube schon, ja. Also, Clark. Der Mann, nach dem ich gesucht habe. Verschwinden Sie nicht Ihre Energie. Sie werden ohnehin gleich totzeln. Ich bin hoch. Ich möchte Ihnen das zeigen. Da. Sehen Sie das? Das ist ein Markertestlabor. Es gibt sie überall in allen größeren Kolonien und Außenposten. Was wollen Sie von mir? Als Teil des Markertestprogramms haben Sie geholfen, sie zu machen. Und heute, Isaac, werden Sie Zeuge sein, wenn ich Sie freisetze. Nein. Nein. Sie bringen alle um. Der Tod ist nur der Anfang, Isaac. Die Natur muss ihren Lauf nehmen und ich lasse nicht zu, dass Sie oder jemand anderes das aufhält. Augen geradeaus, Isaac. Passen Sie gut auf. Und jetzt werden Sie Teil des Wiedergeburtszyklus. Ich bin nicht zu close. Viele, viele Zwischensequenzen. Mal sehen, ob das so bleibt. Ja, danke. Danke. Ich kann ja gar nichts sehen. So, jetzt endlich. Uh. Okay, das kam unerwartet. Alter, was war das denn? Ich schieße auf die Gliedmassen und gegen das extra Schatten. Ach. The fuck, ey. So, was ich gerade eigentlich sagen wollte. Der Soundtrack ist ziemlich geil irgendwie für mich. Und dieses rote Licht sieht auch extrem gut aus. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Ja, sieht schon cool aus eigentlich. Bei der Dreadgap Corporation. Wir müssen doch schon zig Midi-Packs haben. Kein Arkeys. Okay, so kann ich hier auszählen. Okay. Holzraum, Halbleiter, Altmetall. Hups. Ah, ja, okay. Ach, okay. Was ist das? Na ja, gehen wir mal weiter. Ach. Schön. Ah, das war... Puh. Warum sind diese Viecher eigentlich immer mit so Schutzanzügen ausgestattet? Das ist irgendwie... Inventral ist voll. Können wir denn schon was? Ich habe doch noch Platz hier unten. Ja gut, dann... Gehen wir mal weiter. Ich meine, ist das nur das Sicherheitspersonal von der Firma? Oder ist gar nicht sein. Der steht bestimmt auch... Ja. Wieder so ein... Was ist denn das, ey? Nehmen wir uns erstmal auf die Füße. Ja, danke. Lad nach. Was ist das denn? Das eiskalte Händchen. Von der Adams Family. Ach, schön. Wie früher. Wie früher. Gibt es da noch was Interessantes? Bisschen schneller. So. Munition ist immer gut. Schwer mal nach. So. tja dann fahren wir nach unten zu werfen Zug fahren in in zu ihrer eigenen sicherheit wird dieser bereich es wird geregelt wir waren sicher vor dem fein gesündeten hier ist unterwegs und zu 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 es ist ein der schaue nexus erinnert mich an was Okay, ich gebe zu Bis hierhin habe ich schon gespielt Und dieses Scheißteil Ich bin so erschrocken das erste Mal Spaceman Nicht Iron Man Spaceman Ja, wie viele Alter, was ist denn mit dem los? Was ist denn das? Ja, genau Ja, sicher So, komm her So Ich frage mich, wie man zu so einem Vieh wird